Marie, nach neun Jahren stehst du endlich wieder ganz oben. Ein Rennen nach deinem Geschmack? Passt. Die Japanerin hat ein bisschen Druck gemacht, aber es war alles beherrschbar und zum Ende konnte ich dann auch noch wegziehen. Es ist schon so, wie ich es mir vorstelle, von vorne weg dominieren und den Sieg sicher nach Hause fahren. Hat dein Sohn das Rennen auch irgendwo verfolgen können? Ich denke nicht, weil eigentlich sollte er jetzt in der Schule sein. Er ist seit drei Wochen Schüler und müsste in der Schule sein. Und meine Mutter wird es ihm hoffentlich nachher, wenn sie ein Abhut gleich erzählen. Vor der Saison war ja dein Wunsch, ein bisschen eher in einen leichten Doppelzweier zu rudern. Jetzt stehst du hier als Weltmeisterin in einem leichten Einer. Zufrieden? Ich bin absolut mit mir und der Saison zufrieden. Dass ich jetzt nicht in einem Doppelzweier saß, ist zwar traurig, aber dafür bin ich Weltmeister. Super. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke.